Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Dokumentarfilme sind ja eine kleine Rarität inzwischen geworden hier bei uns beim Tele-Stammtisch. Aber ja, wenn ein Film auf dem Sundance Film Festival für Furore sorgt, dann können wir das natürlich nicht unbeachtet lassen. Und damit reden wir heute über Midwives, eine Dokumentation, die sich mit den Zuständen in Myanmar beschäftigt. Sie ist heute in den deutschen Kinos gestartet, zumindest in einigen, die das Glück haben, den zeigen zu können. Und ich bespreche ihn natürlich nicht alleine, der Sven ist auch hier. Hallo. Und natürlich ich, der Dom. Ja, ein Dokumentarfilm habe ich ehrlich gesagt, ich überlege gerade, wann ich die letzte Doku besprochen habe. Ich glaube, es war letztes Jahr, also das dürfte locker ein Dreivierteljahr her sein. Bei dir, glaube ich, nicht ganz so sehr, oder? Ähm, ja, kommt drauf an. Also so eine Art Doku kann ich dir gar nicht sagen, wann ich die letzte besprochen habe. Ob das Detroit Auto City war, ich weiß es nicht mehr. Okay, okay. Ach so, we are all Detroit, ja genau. Genau. Die wollten wir ursprünglich zusammen machen, ja. Aber jetzt machen wir die zusammen. Sven, klär uns doch mal auf, worum geht es in Midwives? Also, in Midwives geht es darum, dass die Muslimin Neo Neo ist entschlossen, Hebamme zu werden. Ihre buddhistische Lehrerin hat eine improvisierte Klinik im Westen Myanmar aufgebaut. Trotz ihrer religiösen Unterschiede arbeiten sie beide zusammen. Und die Klinik ist natürlich für viele die einzige Hoffnung auf sowas wie eine medizinische Unterstützung. Doch natürlich ist es so, dass beide bedroht werden und sie bringen sich teilweise auch selbst in Lebensgefahr. Ja, das Ganze spielt ja auch wirklich in einer prekären Grundsituation, sage ich mal. Weil in Myanmar sind ja zu dem Zeitpunkt einige gesellschaftliche Umbrüche und Unruhen. Und zum Ende hin spitze ich das dann ja zu, zu dem Militärputsch, den es ja, ich glaube, der jährt sich jetzt am 1. Februar zum zweiten Male. Und seitdem, ja, sind da halt die Zustände verheerend. Und wir sehen dann so den Weg dahin. Das Ganze geht ja darauf zurück, dass es in Myanmar diese muslimische Minderheit gibt, die Rohingya oder so ähnlich. Also wir entschuldigen uns schon mal wirklich für sämtliche mutmaßlich extrem falsch ausgesprochene Namen hier. Und ja, also die Situation dort ist natürlich nicht neu. Aber durch den Putsch hat das natürlich noch mal besondere Schlagkraft erhalten. Hast du das denn eigentlich so mitbekommen vor rund zwei Jahren? Ja, weil tatsächlich ich halt auch so Sachen wie das Auslandsjournal und sowas mal ganz gerne gucke. Ja. Und da haben sie das ganz groß thematisiert, weil die ja tatsächlich einen, also wirklich einen massiven Genozid gestartet haben. Ja. Also da wurden, da wurde plündernd, vergewaltigend, mordend durch Städte, also durch Dörfer gezogen. Alles, was nicht irgendwie bei drei weg war, wurde getötet oder sonst irgend, also oder vorher noch verstümmelt. Und also das, was da abläuft, ist schon ganz abartig. Ja, vor allem, wenn du dann mal so in Szenen hier siehst, weiß ich nicht, irgendwelche Demonstranten, die eben halt die Rorinia aus ihrem Land vertreiben wollen. Ja, da sind auch Andockstellen, also das könnte halt in jedem Land so vor sich gehen. Wobei es bei dieser Demonstration immer ganz interessant ist, weil da laufen Soldaten mit, ne? Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist ja keine, also natürlich sind es auch Leute, die sagen, die müssen weg, keine Frage. Aber dass die halt auch noch unterstützt und gesichert vom Militär werden, also da geht keiner hin und stellt sich auf die Straße und macht eine Gegendemonstration, das läuft da nicht so. Nee, da ist nicht mal dran zu denken. Nee, aber der Film, der verengt das dann ja, also was heißt verengt, der Fokus liegt halt schon auf den Erlebnissen oder dem Alltag dieser beiden Frauen, die ja diese, ja wirklich so zusammengeschusterte Klinik da betreiben, da größtenteils auch Frauen entbinden und die eine ist Muslima, die andere Buddhistin. Und was ich schon mal sagen kann, was mir sehr gefiel, dass es sehr differenziert dargestellt wird, der Umgang zwischen denen. Also da gibt's auch mal Konflikte und die behandeln sich auch manchmal gar nicht so toll, aber ich glaub, dass das auch irgendwie so ein bisschen so ein neckischer Umgang ist. Also es wirkt alles sehr, sehr, ja, menschlich nachvollziehbar und nahbar, ne? Da hatte ich tatsächlich so ein paar Probleme mit, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass sie die lernende Neo Neo so wie eine Bedienstete teilweise halten. Mhm. Also die kocht, die putzt und dann kümmert sie sich um die Mutter, also um die Schwiegermutter, die übrigens ziemlich cool war. Ja, 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 ja. Aber auch so, also ich fand den Ton so generell als Buddhistin sau ruppig, also da fallen Wörter wie Schlampe und Tussi. Und sonst irgendwas und ja, wo ich gedacht habe, das finde ich jetzt, hm, aber das scheint alltäglich da zu sein. Ja, es ist, ja, was heißt alltäglich, also es ist, ähm, also was ich aus dem Film definitiv mitnehme, ist halt so eine, ja, starke menschliche Verbundenheit. Äh, der Umgang untereinander, das ist nicht immer Shakespeare, das ist klar, aber trotzdem merkt man ja, dass die trotz aller Widrigkeiten dort, ja, irgendwie schon eine Gemeinschaft bilden. Ne, ne, und das ist ja auch wirklich eine Ansage, also die bekommen ja dann auch, äh, naja, also denen, denen schlägt ja schon ziemlich viel Feindseligkeit auch entgegen, ne, also auch dafür von wegen, dass sie vergewaltigt gehören, weil sie, äh, Muslimen helfen oder Buddhisten umgekehrt, je nachdem. Und das ist ja, da, da ist ja irgendwie auch eine gesellschaftliche Schneise so ein bisschen in, äh, in dieser Klinik, ne. Ja, das Ganze ist auch relativ nüchtern bis auf einzelne Sequenzen, wo mir ein bisschen zu viel Musikeinsatz war. Aber ansonsten, ja, es ist ja aus einer sehr beobachtenden Perspektive, also wir haben auch keinen Kommentator, etc., äh, sondern es ist einfach nur, ja, relativ nüchtern rübergebracht. Und, äh, ja, so deren, deren Lebenswirklichkeit ist halt schon, also wenn man, äh, jetzt so halt hier den, den, den Blick, äh, hier aus dem, äh, Westen darauf hat, ist das schon, das ist schon ein, ein, äh, Unterschied wie Tag und Nacht, ne. Absolut, ich finde auch zwischendrin fängst du dich schon ein bisschen an manchmal zu schämen, finde ich. Weil, mhm. Trotz aller Scheiße, die jetzt hier wirklich auch gerade passiert, äh, äh, passiert, geht's uns trotzdem noch gut. Ja. Ja, wenn du dir das Bild mal anguckst, was da drüben für hygienische Verhältnisse und, äh, also herrschen und, und da was für Bedingungen, die da arbeiten, äh, Respekt. Mhm. Und die haben ja auch keine technischen Hilfsmittel, also da ist nichts mit, wir gucken jetzt mal, ähm, mit via Sonografie irgendwie aufs Bau, auf dem Bauch oder so, mal wie das Baby liegt. Nein, das wird getastet, das hat alles was mit, mit jahrelanger Erfahrung, so böse ich es anhört zu tun. Aber es ist halt wirklich die einzige medizinische Hilfe, die es da gibt. Ja, äh, wobei man natürlich sagen muss, das kennt man ja durchaus auch, äh, aus, äh, gewissen Kulturkreisen oder Ländern, also zum Beispiel auch im arabischen Raum, äh, dass da Ärzte und so sind, die noch wirklich sehr haptisch mit den, mit den Händen einfach arbeiten, ne? Ich, das hat, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie, ähm, verballobern oder so. Nein, 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 nein. Ich hab da höchsten Respekt vor, ja. Absolut, absolut. Das war halt, ähm, diese, diese Lebenseinschnitte, die man da sieht, wie es um, ums Geld geht, um, um, wie die sich, wie die ihre Häuser dann auch bauen und was ich immer sehr faszinierend finde, wenn man solche Reportagen sieht, sind ihre selbstgebauten, Mofa-Fahrzeuge-Aufsätze, wo die da damit sonst irgendwas sind. was transportieren, da wird es dir als westlicher Zuschauer, wo du denkst, das Ding fährt niemals. Aber nein, es funktioniert. Auch wenn alles lebensgefährlich ist, aber es geht. Das ist aber auch so was, was mir immer so durch den Kopf schoss, es funktioniert irgendwie. Also auch so die generelle Lebensweise, da ist ja auch immer, also im Hintergrund tobt ja eigentlich die ganze Zeit der Bürgerkrieg und die sind da ja auch so, ja, wir sehen hier irgendwie aus unserer Position, sehen wir da die Fliegerbomben und was weiß ich rumschwirren und sind aber echt so, ja, was sollen wir machen? Wir können jetzt hier aus unserer Position können wir dagegen eh nichts ausrichten, ist halt so und wenn wir jetzt uns hier völlig aufgeben, dann haben wir kein Essen auf dem Tisch, ne? Ja, vor allen Dingen können sie ja auch nicht fliehen. Nee, gar nicht. Sie könnten fliehen, sie könnten woanders da versuchen unterzukommen, aber du weißt nicht, ob du dann im nächsten Dorf vielleicht tatsächlich doch getötet wirst, weil du einfach staatenlos und als illegaler Einwanderer bezeichnet wirst und Parasit und sonst irgendwas. Also bleibt dir nichts anderes übrig als da zu bleiben und irgendwie dein Leben zu fristen und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich glaube, du musst, du hast überhaupt keine Wahl, aber das ist schon, also es war schon, zwischendrin habe ich schon schwer geschluckt. Das ist beeindruckend auf jeden Fall. Und das, wobei ich muss zugeben, ich hätte mir noch ein bisschen mehr, also vielleicht habe ich es auch so zwischen den Zeilen mal nicht mitbekommen, aber, also es steht nicht so im Fokus, dass die beide so aus unterschiedlichen Lebenswelten und auch religiösen Milieus stammen, ne? Also beide Frauen. Auf der anderen Seite wird dadurch natürlich aber auch so was, ja, universell humanistisches irgendwo transportiert in dem Film, ne? Also, dass es egal ist, dass die, äh, entgegen aller Widrigkeiten da trotzdem zusammenarbeiten, dass das jetzt auch nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, auch zwischen denen, das fand ich sehr, äh, ja, lebensnah einfach. Es ist dennoch kein Film, den man mal eben so wegguckt, äh, wobei ich zugeben muss, ich fand den jetzt auch nicht, also ich meine, die Doku geht ja schon irgendwie so mit Abspann und allem drum und dran, geht die schon so ihre 90 Minuten? Mhm. Ich fand es jetzt nicht langatmig, das muss ich sagen. Ja, mir ging's schon, also so zwischendrin dachte ich, ähm, ich find's zwar interessant, aber ich hätte doch tatsächlich gerne mal so einen kleinen Tapetenwechsel gehabt, einfach um ein bisschen mehr Background zu bekommen über die Situation dort. Ich hab's zwar halt danach gelesen, also zumindest das, was, wo ich gedacht hab, okay, gut, da hab ich jetzt keine Ahnung von, aber da hätt ich mir ganz so ein bisschen, ja, ja, so einen kleinen Tapetenwechsel hätt ich mir schon gewünscht. Was ich halt auch krass fand, ist, dass die Männer dort eigentlich nicht so arg viel zu sagen haben. Ja, 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 das fiel mir auch auf. Also, wie er dann hochkommt, ja, Motorrad, ich muss in die Klinik, ja, Motorrad hat einen Freund, ja, dann kannst du wieder gehen, tschüss. Und so, okay, ja. Krass. Also, ne, das ist eher ein untypischeres Bild. Und das ist ein paar Mal, also das ist ja nicht nur er, der gerne mal eins auf die Keule kriegt, sondern auch in der Klinik, der eine, den wird auch ein bisschen schikaniert. Es kann natürlich auch wirklich sein, dass das halt einfach nur ein bisschen Neckerei und alles gut ist. Aber das fand ich dann doch so, dachte ich, naja, für diese Glaubensrichtung, krass. Was, was mir halt auch auffiel, dass du auch viele so Merkmale gesehen hast, die du zum Beispiel auch aus anderen totalitären Systemen kennst, ne? Also, dass da selbst irgendwie über Popmusik, die im Radio läuft, irgendwelche Botschaften von ethnischer Verunreinigung und sowas gepredigt werden. Na, also, ja, oder auch so diese Demonstrationen und die Parolen, das, also, da siehst du, das ist halt überall gleich. Hier sind Stellen, die kannst du eigentlich eins zu eins ins Dritte Reich übertragen, ne? So, so von der Mentalität her. Ja, definitiv. Oder auf andere Demonstrationen. Ja, das ist, es ist im Endeffekt, ja, es ist eigentlich immer das Selbe. Und du siehst, ja, wie leicht sich die Leute teilweise halt wirklich auch manipulieren lassen. Ja. Ja, insbesondere in der heutigen Zeit, ne? Ja, gut, ey, das Problem haben die ja damals, also zumindestens dort, nee, wobei, Quatsch, natürlich haben die Internet. Ja, 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 die haben wahrscheinlich sogar besseres Internet als wir. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Was ich auch ganz cool fand, ist, als sie dann so beschließt, ihre eigene Klinik aufzuziehen, da habe ich so ein bisschen geschluckt, weil ich dachte, okay, gut, du hast jetzt zwar ein bisschen Erfahrung, aber sie wollten sie ja in die Hauptstadt schicken, um, dass sie dort ja ihre Krankenschwesterausbildung macht, die übrigens nur drei Monate geht. Ja, ja, da habe ich auch. Wo ich gedacht habe, okay. Ja, Crashkurs eher, ne? Crashkurs, ja. Aber dass sie dann noch sagt, okay, wir haben jetzt eine Klinik inklusive eines gemischt Waren. Ja, 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 ja. Dann kannst du dann dir die Spritze abholen und gleichzeitig noch ein paar Äpfel oder so kaufen. Ja, schönes Geschäftsmodell. Das dachte ich, das ist, das ist, das ist funktional. Man muss gucken, dass man den Platz, den man noch übrig hat, für irgendwas anderes verwendet, um irgendeine Kohle zu machen. Gar nicht verstehen, aber ich fand's witzig. Ja. Ja, sieht man nicht alle Tage so was, ne? Aber, ne, ja, ich, ich fand's halt so bemerkenswert, dass die halt, ähm, trotz der, der wirklich, ja, schon eigentlich in, für, für, für deren Existenz wirklich lebensfeindlichen Umstände, äh, dennoch irgendwie so, so durchkommen, ne? Ja. Und, äh, da kann man, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Alles in allem ist es, ja, es ist ein sehenswerter Film. Ich mein, der wird eh nur eine Handvoll Kinos gezeigt werden. Wer sich den ansehen möchte, gerne. Aber, also, fürs Kino ist der jetzt nicht unbedingt. Ne, finde ich auch nicht. Aber, äh, wenn der mal irgendwie, weiß ich nicht, in ARD-Mediathek oder so aufschlägt, dann sollte man sich den auf jeden Fall ansehen. Allein schon, um irgendwie, ja, äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Also, mir, mir schoss ständig durch den Kopf halt, als, als, äh, äh, westlicher Europäer. Also, deren Lebenswirklichkeit ist so weit weg von unserer. Es gibt natürlich Parallelen, klar, aber auch extrem viele gravierende Unterschiede. Also, es stimmt schon. Es ist sehr, es ist, also, ich würde da keine Woche überleben. Wahrscheinlich würde ich nach zwei Tagen so explodierende Durchfälle kriegen, dass, äh, und alle anderen Krankheiten auch noch. Ja. Dass ich draufgehe. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Und, dass die beiden halt wirklich, ihre Differenzen jetzt nicht beiseite legen, weil ich finde, es, es sind zwar auch Anfeindungen zwischendrin und sie nennt sie auch am, gegen Ende, sie ist halt auch ein bisschen sauer auf sie, klar, dann benutzt sie halt natürlich auch diese Schimpfwörter, die sie halt kennt. Aber trotzdem schaffen sie es, also, trotz aller Umstände, ein gutes Miteinander und vor allen Dingen halt auch für andere da zu sein, wurscht, egal, wer kommt. Was mir noch ganz gut gefallen hat, sind so die, also, es gibt ein paar optische, kleinere Highlights, so ein paar Tempelanlagen, die sie am Anfang schön zeigen. Aber ich finde auch, also, für die Mediathek, ja, aber Kino, also muss jeder selbst entscheiden. Wenn jemand sagt, schütt man Geld gern dafür aus, dann, also, sehenswert ist der auf jeden Fall. Ja, ja, es sind ein paar beeindruckende Drohnenaufnahmen drin, tatsächlich, also, die schon sehr anmutig sind, so von den Landschaften, aber, ja, gut, darum geht es ja auch nicht wirklich, ne? Wie gesagt, wenn man aus, aus der westlichen Sicht betrachtet, dann habe ich wirklich das Gefühl, das definiert für einen selbst nochmal so was neu wie Erste Welt Sorgen, ne? Ja, und besonders, wenn man auch, wenn man auch überlegt, dass, dass tatsächlich, also, die, die Junta, ähm, auch die westliche Hilfe, die ja kommen möchte und kommen will und alles drum und dran, geht ja nicht. Die verhindern das ja, ne? Ja, natürlich, die NGOs, die, die, äh, wollen da immer wieder hinkommen und auf Fuß fassen, aber, ja, die politische Situation ist halt so unsteht und ungewiss, auf jeden Fall von uns beiden insgesamt würde ich, ne, seine Empfehlung, ne? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, Sven, dann danke ich dir recht herzlich, äh, für deine Zeit. Gerne. Wer den Film schauen möchte, äh, seit heute in den deutschen Kinos, äh, wer ihn gesehen hat, darf uns natürlich auch gerne schreiben, äh, was ihr so für Gedanken zu dem Ganzen hattet, seid ihr vielleicht auch anderer Meinung, lasst uns das gerne wissen, ob jetzt bei YouTube, äh, oder, äh, auch, äh, auf unserer Website tele-stammtisch.de, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ansonsten, äh, könnt ihr den Tele-stammtisch überall hören, wo es Podcasts gibt, und damit sind wir raus. Sven, mach es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.